Einen wunderschönen guten Morgen, mein Lieben, mein Name ist die aus dem Crypto-Café. Wir fangen an mit einer kleinen Werbung, wie immer, in der eigenen Sache. Ich habe gestern Abend in einer späten Stunde nochmal was hochgeladen. Ich wollte schon sehr lange das Video machen. Ist tatsächlich etwas kürzer ausgefallen, als ich mir selbst gewünscht habe. Nichtsdestotrotz einfach als Fragestellung in den Raum gestellt. Was haltet ihr von selbst von dieser HODL-Geschichte? Und ich habe dazu meine Meinung in dem Video geäußert. Und lasst gerne einen Kommentar da oder kommt in den Discord zum Diskutieren. Und kommen wir zum nächsten. Wir haben Chainlink. Hat gestern einen Testlauf abgeschlossen mit SWIFT zusammen und mit sehr vielen Banken. Vor allem im Hintergrund. Ihr seht hier eine Liste BNY, CITI und wie die alle heißen. Es geht darum um die Tokenisierung. Und das ist auch der Grund, warum ich schon sehr oft gesagt habe in meinem Video. Und wovon ich auch selbst überzeugt bin, dass eben diese ganzen Krypto- und Blockchain-Geschichte Zukunft hat. Weil erstens natürlich die Effizienz, die ist viel höher. Und Banken, die wollen natürlich letztendlich Geld verdienen. Und wenn die Aufmerksamkeit setzen können. Was günstiger ist im Betrieb. Warum soll ich es nicht machen? Am Ende springen mehr für die raus. Denn wir wissen ja, geben die meistens die Gewinne nicht weiter an die Leute, die dort Geld anlegen. Das zweite ist natürlich letztendlich die Tokenisierung von Assets. Wir sind noch lange nicht so weit. Das war 2021 natürlich großer Hype gewesen. Ja, wir tokenisieren jetzt alles, was auf der Straße, was physisch anfassbar ist. Uhren, Schmuck, Sammelobjekte, Häuser, Autos, Yachten, was es alles gibt. Ist alles nicht gekommen. Wir kommen ganz langsam voran. Das ist keine Sache. Was meiner Meinung nach innerhalb ein Jahr oder zwei Jahre passieren kann. Dazu muss die Infrastruktur stehen. Die digitale Seite ist natürlich nur ein Teil der Herausforderung. Die andere Seite die Infrastruktur in der physischen Welt. Wenn das nicht enforcierbar ist durch Gesetze und sonst was, kann man das dann auch nicht einfach so digitalisieren. Und nichtsdestotrotz langfristig wird aber das Tokenisieren insgesamt von Assets eben mehr Leute zugänglich machen zum Investieren. Und natürlich auch zum Spekulieren. Und Menschen haben natürlich eine spekulative Natur. Und das lassen sich natürlich die Großen nicht entgehen, daran zu profitieren. Und deswegen bin ich auch davon überzeugt, dass eben Tokenisieren und natürlich Blockchain im Hintergrund ziemlich aufblühen wird. Also dieser Tesla-Ablauf haben die mit den Banken auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben sowohl private als auch Public Blockchain zusammen abgeschlossen. Und das ist eben erfolgreich gewesen über diese CCIP. Okay, nichtsdestotrotz, und da kommen jetzt auch schon wieder die Hyper und die Fans von Link raus. Ja, Link Army, ja, Kauf Links, ja, ihr seht, Link wird zum Moon, genauso wie alles andere. Also meine Meinung, Link wird sich langfristig, mittellangfristig durchsetzen gegen die Sachen, die es schon gibt. Also XRP, Quantum, wie die alle heißen. Chainlink wird nicht hundertprozentig des Kuchens abgreifen. Aber, das ist eben meine Meinung, ja, wird zumindest ein Großteil des Marktes für sich einnehmen, dafür, ja, dass die eben ein Produkt tatsächlich gebaut haben, was auch die Leute benutzen werden und werden können. Und das Proof of Concept, wie gesagt, ist nur der erste Schritt und die sind ja aktuell zwar auch da dabei, das Ganze zu dezentralisieren, ja, dieses ganze Oracle-Netzwerk, dass die Leute zwar als Notbetreiber bei dem Netzwerk auch belohnt werden und so, das ist aktuell in der anfänglichen Phase. Ich gehe auch davon aus, dass in den nächsten Jahren das nochmal breiter getreten wird. Und nichtsdestotrotz, und das ist wichtig an der Stelle zu verstehen, ja, heißt nicht, dass ich den Token, ja, direkt sagen würde, der Token geht sonst wohin. Denn der Token hat zum aktuellen Zeitpunkt, meiner Meinung nach, immer noch viel zu hohe Inflation, erstens. Und zweitens hat nichts davon, dass Chainlink der Marktführer ist, ja, das heißt, da fließt kein Wertzuwachs in den Token hinein, in dem Chainlink an der Stelle Geld einnimmt, ja. Das muss erst kommen. Und das können die natürlich so lange nicht machen, meiner Meinung nach, solange die SEC eben an dieser Stelle eben keine konkrete, ja, Richtlinien mit dem Gesetzgeber vereinbart durchgesetzt haben. Somit ist Chainlink, heißt nicht, dass es schlecht ist, aber basiert nur auf der reinen Ruf, ja, und natürlich auf dem Hype, der im nächsten Bullenmarkt vielleicht, wenn es so weit ist, kommen wird. Das heißt, da muss man sich bewusst darüber sein, man investiert nicht in ein Produkt, ja, das dadurch, dass es mehr Nutzen hat und dadurch auch mehr Gewinn einfährt, dass der Token am Wert zuwächst, sondern das einfach nur, weil es Marktführer ist, ja, weil es ein größter Token ist, einfach nur ein Ruf. So, kommen wir zum nächsten, wir haben Magic. Magic ist auch tatsächlich ein Token, den habe ich ein paar Mal bei mir schon erwähnt und auch bei uns im Discord beschrieben, eine sehr interessante Möglichkeit gewesen, in den nächsten Monaten ist aktuell tatsächlich immer noch, aber die Rendite ist runtergekommen, kann man mit Magic gepaart mit Ease, da muss man eigentlich kein Ease benutzen, ja, aber einfach nur Magic, erstens, sowohl am Kurs und zweitens eben die 30, 40 Prozent, die GND an der Stelle ausschüttet, einzusammeln. Also, super low Risiko, meiner Meinung nach, aber sehr gute Rendite an der Stelle. Habe ich selbst gefarmt und hier hat eben diese Crypto-Ogel, oder wie der heißt, ja, auch ein paar Sachen erwähnt, die kannte ich selbst zum Beispiel nicht, weil ich nicht so im Magic-Netzwerk unterwegs bin, aber vieles dabei ist zum Beispiel auch das, was große YouTuber an der Stelle 2021 beworben haben, ja, diese Use-Case von Magic tatsächlich zu sagen, hey, das Magic-Treasure-Ökosystem ist wie das Nintendo, ja, und alle Spiele, die in dem Arbitrum-Ökosystem launchen wollen, ja, eben über Magic, weil es eben dort der Platz herrscht ist, und so auch diese Plattformen bereitstellen, dass alle den Magic-Token benutzen werden und auch sich da einkaufen werden und davon profitieren werden, ja. Klar, die haben vielleicht ein bisschen davon profitiert, aber das meiste ist immer noch, einfach weil der Bullenmarkt da war, weil zu viel überflüssigen Liquidität im Markt war, ja, und jetzt sieht man, ne, wenn das Wasser zurückgeht, wer tatsächlich, ähm, ja, die Badehose anhatte oder nicht, und Magic ist leider nicht ein davon, ja. Das heißt, das Ökosystem, sozusagen die Spiele, die mittlerweile rauskommen, ja, die setzen nicht mehr alle auf Magic oder eher, ja, machen ihr eigenes Ding, statt auf dieses Großsystem zu setzen, und, 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 und das ist auch zumindest nicht positiv, dass das Team an der Stelle selbst auch ihren Token abverkauft hat. Und kommen wir zum nächsten, wir haben BlackRock, ja, ihr wisst ja, diese Bitcoin-Geschichte und Scampump und wie man das alles nennen mag, und, äh, ich meine, das ist schon, ja, auffällig, negativ zusammenpackend, im Nachhinein ist man immer, ähm, schlauer an der Stelle, und zum Beispiel auch der, äh, der Larry, ja, der immer in der Öffentlichkeit für ein paar Wochen lang, ne, ständig sagt, ah, Bitcoin, ja, ETF und so weiter und so fort, und da können wir sich schon, äh, äh, wollten die vielleicht noch die letzten Anleger, die bereit sind, ihr Geld in Bitcoin umzuwandeln, reinlocken, damit die das Ding runterdampen können, ne, weil die Leute praktisch auswischen können, um dann letztendlich, keine Ahnung, selbst bei 25 oder 10, 20.000 oder sonst was einzusteigen, ne, ist, ich meine, ist ein legitimer Gedanke. Und, ähm, jetzt ist es natürlich auch so, dass auch noch andere um die Ecke kommen, Fidelity, die an dieser Stelle haben einen Bericht veröffentlicht, und Banklist, ja, direkt aufgeschnappt, den großen, ah, Ethereum, ja, das wird das neue Ding, also, ich würde einfach empfehlen an der Stelle, das ist, also, ich meine, Empfehlung mache ich nicht, das ist nur das, was ich mache, ja, wenn ich sowas sehe, okay, lese ich mir durch, ob da irgendwas dabei ist, was von Interesse ist, und einfach das als Randnotiz wahrnehmen, ja, ich meine, wenn man da drauf investieren würde, was die Banken sagen, was gut ist, ja, was Zukunft hat und sonst was, äh, da, da muss man sich nicht zweimal, denke ich, durch den Kopf gehen lassen, ob das tatsächlich erfolgeführend ist oder nicht. Kommen wir zum nächsten, wir haben Aerodrome, ja, hat an der Stelle innerhalb zwei Tagen, und da kann man sehen, erstens, wie viel Liquidität tatsächlich noch übrig ist als Restliquidität in dem gesamten Ökosim, aber ich gehe aktuell nicht davon aus, dass wir, keine Ahnung, eine Million neuen User von Coinbase jetzt rübergeschwappt haben, ja, die jetzt vielleicht sagen, oh, Base, das ist das Tolle, ja, da muss ich jetzt auf die Chain gehen, weil ich, bislang war ich nicht auf der Chain, das ist noch gar nicht da, ja, und das Zweite ist natürlich, ja, trotzdem kann man sehen, wie viel Liquidität noch bereit sind zu migrieren, ja, und das ist auch bei mir so, ich bin da auch vor einer Woche, ja, wegen dieser ganzen Uniswap, CBSEs-Geschichte, habe ich sehr viel Liquidität rüber, migriert auf Base Chain, aber eben nicht in Aerodrome, ja, und Aerodrome, nichtsdestotrotz, ja, direkt hier, 185 Millionen, ja, mehr als Velodrome, und das hat zum Beispiel auch das gesamte Base-Ökosim von Platz 12, glaube ich, habe ich vor zwei Tagen, drei Tagen geschaut, wo das noch nicht veröffentlicht war, ist mittlerweile Platz 8 katapultiert, ja, und, ähm, nichtsdestotrotz, ja, Verstehen ist wichtig, wie, wie 3.3 funktioniert, und vor allem, wenn ich Videos sehe, ja, wo die Leute sagen, oh, ich habe mir jetzt den Aerotoken gekauft, das wird ja richtiger Knaller werden, also, wenn ihr den kauft, um einfach auf den Preis von Aero zu spekulieren, das ist, das könnte ich höchstens noch akzeptieren, ja, da kann man auf jeden Token spekulieren, aber, wenn ihr den kauft und lockt, ja, und sagt, hey, die Rendite, die auf der Plattform so hoch, ja, ich lock jetzt meinen Token, ne, auf die maximale Dauer, und wird dann, ne, in einem Jahr reicht werden, und mein Geld verdoppelt haben, und sonst, äh, da bin ich ganz, ganz, ganz vorsichtig, ja, ich werde am Wochenende noch ein explizites Video nochmal dazu machen, weil, wie 3.3 Refresh ist natürlich immer gut, ich habe da, wie 3.3 und konzentrierte Liquidität, das sind zwar die Spezialitäten, die ich auch als Coaching anbiete, und lasse ich euch einfach da, ist, ähm, sehr interessant anzuschauen. Kommen wir zum Prisma, Prisma habe ich auch auf meinem Kanal angekündigt, vor einiger Zeit, und jetzt sind die tatsächlich gelauncht, aktuell, die Seite ist noch nicht verfügbar, aber die soll im Laufe des Tages tatsächlich auch für Normalos zugänglich sein, es geht da drum, dass die, die sagen, ne, die nennen sich selbst, ja, das Endgame von Ethereum Liquid Staking, ich denke mal nicht, dass es soweit ist, aber man muss einfach verstehen, im Hintergrund sind sehr, sehr viele große Namen von großen Protokolle, die dort drin involviert sind und auch investiert haben, das kann tatsächlich gut ausgehen, aber kann auch heißen, dass die einfach selbst alle an dem Kuchen sich bedienen wollen, ja, sobald natürlich der Kuchen groß genug ist, also vorsichtig an der Stelle, was die machen ist einfach, die wollen alle möglichen Staking Produkte, also allen voran natürlich Lido Ease, ja, wir haben außerdem auch Rocket Ease, wir haben CB Ease, Binance Ease und wie die alle heißen, ne, alle unter einem Dach und dagegen sollte man eben auf der anderen Seite Stablecoins minten können, womit man natürlich insgesamt im Ethereum Echo System dann hantieren kann. Ob das funktioniert oder sich tatsächlich als rentabel herausstellt, das werden wir sehen, die werden auf jeden Fall mit eigenen Token auch loslegen, das heißt, man kann, wenn man auf Ethereum unterwegs ist, natürlich da einiges fahren, ja, so wie man zum Beispiel bei Koenig und Co. basierend auf dem Curve War und so weiter und auf STIs und so auch eine sehr gute Rendite fahren konnte für eine Zeit lang. Und kommt zum nächsten, wir haben, ja, meine Glaskugel hat gestern gesprochen und zwar kurz nachdem diese Entscheidung rauskam, ja, dass dieser Bitcoin ETF doch vertagt wird. Lustigerweise, ich meine, ich hatte ja so ein Gefühl, ja, ich würde mal sagen 70, 80 Prozent, nicht worauf ich spekulieren würde, ja, ihr wisst ja, ich mache kein Trading, aber, ja, mein Gefühl war so, habe ich auch in den Videos zuvor schon geäußert, dass wir vielleicht, ne, mehrere Hinausschübe sehen werden und vielleicht erst Anfang nächsten Jahres. Und, also, der letzte Termin, wo die SCC tatsächlich eine Entscheidung, Ablehnung oder Genehmigung abgeben könnten, wäre natürlich tatsächlich 15. März, also, ne, noch einiges an Zeit, davor gibt es noch zwei weiteren Termine, die haben immer so, ne, so eine Zeiträume, wo die darüber diskutieren, evaluieren können und dann bis zu einem Stichtag, an dem Stichtag müssen die halt eine Entscheidung bekannt geben. Und, das heißt, Bitcoin ETF lässt sich erstmal auf sich warten, das ist auch der Grund, ja, warum wir dann diesen, ja, diesen Riesen-Pump, ihr wisst ja, Grace Kelly hat gegen SCC gewonnen, jetzt kommt ETF. Das ist dieser, dieser Kerze und jetzt kein ETF. bietet alles runter und da muss man einfach wirklich vorsichtig sein, ja. Vor allem, wenn man, sag ich mal, im Social Media unterwegs ist, ja, in TikTok bin ich komplett raus, obwohl mir viele ein Fonohol haben, da, ne, auch kurz Videos zu machen, um mehr Reichweite zu gewinnen. Werde ich vielleicht nochmal in Zukunft drüber nachdenken, aber YouTube, Twitter, ja, gab es einfach so viele, ja, Leute mit großer Reichweite. Grace Kelly hat gewonnen, ja, als ob das der Endgültige war. Habe ich auch ein Video dazu gemacht, die haben nicht gewonnen, ja, die haben einen kleinen Gewinn eingestrichen für die gesamte Ökospace, ja, dass sie es eben nicht machen wollen, nach Willkür, alles, was sie machen möchten. Und, aber, das Ganze ist nicht entschieden, ja, nach dem Motto, okay, morgen gibt es den ETF, ne, sondern die ACC muss jetzt einfach alles überdenken, was sie bisher gemacht haben und nochmal den Antrag von Grace Kelly neu evaluieren. Das ist alles und, äh, deswegen, ja, der, das Ganze basiert einfach auf heißer Luft und, äh, war auch abzusehen gewesen. Und kommen wir zum nächsten, wir haben Smart Contract, ja, Smart Contract, Solidity, Programmierung, Solidity ist halt keine schöne Sprache. Nichtsdestotrotz, ja, wir haben jetzt die Möglichkeit tatsächlich auch für Leute, die nicht Solidity gelernt haben, ja, in Smart Contract sich zu involvieren. Und zwar hat, ähm, Arbitrum an der Stelle etwas gebaut, ja, die nennt es Arbitrum Style, Stylus und, äh, erst mal auf dem, nur auf dem Testnet, aber man kann mit unterschiedlichen Sprachen, unter anderem auch Rust, Rust ist eine sehr, sehr verbreitete Sprache, weil es, äh, strukturell sehr, relativ einfach aufgebaut ist, vielleicht sogar, ne, mittlerweile ein bisschen als Konkurrenz zu Python. Und wir haben auch die ganz alten, ne, C und C++ Programmierer. Das heißt, wenn ihr an der Stelle sagt, ach, Solidity war noch nie so mein Ding, ja, das war die Hürde, die ich nie, nicht nehmen wollte, um in Smart Contract Programmierung reinzusteigen, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, ja, als Rust C oder C++ Programmierer euch auszutoben. Und, äh, Arbitrum gibt dort sogar ein Grant, ja, das heißt, wenn ihr eine schöne Idee habt, und das kann was super Einfaches sein, ja, wie Münzflippen oder sonst was, ne, dann baut das gern, äh, als Attest und, äh, bewerbt euch bei Arbitrum Grant. Und kommen wir zum nächsten, wir haben, ähm, eine YouTube, ja, Idee für mich selbst, und schreibt gern drunter, ob ihr davon was haltet. Nämlich, ihr wisst ja, ne, diese Videos, die sehe ich auch bei mir immer in der Timeline, obwohl ich immer draufklicke, ich habe keine Interesse, werden die mir immer vorschlagen, ja, nach dem Motto, hey, diese Wahl hat aus 10.000 Dollar an PP 10 Millionen gemacht, oder, ne, aus 10.000 Loyal 50 Millionen, ja, innerhalb drei Tage und so. Und hier habe ich mir eine Idee, nämlich genau das Gegenteil, ja, dieser Wahl hat aus 15 Millionen 10 Millionen gemacht. Also, wie Wale Geld verlieren können, denkt dran, ja, viele Wale, vor allem, wenn die wirklich gut mit Geld umgehen, kann das sehr gut sein, dass es nur ein, ne, Bruchteil ihrer eigenen Strategie wäre. Wenn ich so wirklich Wahl wäre, würde ich zum Beispiel auch so was tatsächlich als Hedging-Strategie fahren, ja, also eben Spot, ne, Kaufen, also Spot Long und dann eben Purps Short, ja, Purps vor allem, wenn es gerade so einen riesen Pump gibt, ist natürlich immer das Funding, ja, super positiv, das heißt, die, die Long sind, bezahlen, die, die Short sind, dann würde ich einfach zum Beispiel dreifache oder fünffache Leverage, also wenn ich Trader wäre, ne, fünffache Leverage, Purps Short gehen und dann einfach Spot, äh, Spot bei, um das Ganze zu hedgen, für den Fall, dass es doch knallt und wenn es eben knallt, klar, ne, dann sehen alle auf der Chain, oh, der Wahl, der hat 5 Millionen verloren auf einen Schlag, aber tatsächlich war es nur eine Hedging-Strategie für diese, ja, Purps Short, den Purps kann ich eben, ne, ne, brauche ich ja nicht on-chain zu betreiben, kann ich einfach irgendwo machen und das kann, wie gesagt, nur ein Seil sein, kann natürlich auch sein, dass der, ne, der Wahl sagt, hey, ich, ne, spiele gern mit paar Zich-Millionen rum, mir ist es egal, wenn ich das verliere oder nicht und dabei einfach nur verloren habe, also, das muss man immer im Hinterkopf behalten und der Nächste, ja, die lustigen Sachen des Tages sind, erstens, Blockchain, ja, viele sagen, Code is Law, ja, vor allem zum Beispiel, ähm, wenn man dieses, dieses Konzept, ja, das Konsensus nicht richtig verstanden hat, zum Beispiel, viele sagen, ja, Bitcoin ist aus dem Grund stabil, ja, und, ne, mächtig, weil, ja, das ist Code, der Code wird niemals geändert, das ist totaler Quatsch. Klar, der Code ist ein Teil, aber das, was ganz, die, die unterste Schicht, ja, die alles garantiert, dass es so bleibt, wie es ist, ja, und auch funktioniert, das ist immer noch der soziale Konsens, ja, das heißt, dass die Menschen, die das benutzen, ja, und auch bereit sind, dort hineinzuversieren, die gleiche Meinung sind. Wenn diese Menschen, die dort den untersten, diese unterste Schicht bilden, wegfallen, ja, dafür hilft ja auch nicht, dass Code is Law ist, ja, und der Code sich nicht verändert, ja, auf 1,2 Millionen, wenn, also, sag ich mal, alle Bitcoin-Investoren von heute auf morgen, oder, sag ich mal, mehr Teil sich darüber einig sind, dass nicht 21 Millionen, sondern 21 Millionen und 1 Bitcoin es sein sollten, ja, weil aus irgendeinem Grund, dann hilft auch nicht, dass der Code is Law ist, sondern die Programmierer werden da auch entsprechend dem sozialen Konsens folgen und es verändern. Hier geht es um eine Uno, ja, und ihr kennt, ich habe auch früher viel Uno gespielt, wo einer plus 2 legt, ja, und der nächste legt auch wieder plus 2, und der übernächste legt nochmal plus 3, und dann bist du selbst wieder dran und musst selbst 6 Stück ziehen, statt den anderen 1 auszuwischen, genauso wie bei plus 4, ja, und Uno selbst, die offizielle Seite hat gesagt, du kannst nicht plus 2 auf plus 2 legen, ja, das heißt, wenn ich eine plus 2 lege, dann muss mein Nachbar, ja, der nächste direkt 2 ziehen, ja, und der kann nicht nochmal extra plus 2 on top machen, und, und, ähm, und der Kommentar da drunter, ne, total geratioet hier und hat gesagt, ja, gut, ne, gebt uns einfach die Karten, die ihr gemacht habt, und wir spielen das so, wie wir das möchten. Und das ist einfach ein Ausdruck von sozialer Konsens, das heißt, das überwiegt immer die Regeln, und, ähm, das letzte, ja, kommt zwei Wochen zu spät, ihr wisst ja, die heißen Tage sind hinter uns mittlerweile, aber, ja, die roten Pandas sind natürlich auch immer ein sehenswerter, äh, Würdigkeit, Sehenswürdigkeit, zu lange geredet. Bis zum nächsten Mal, mein Name ist die aus dem Kultografie, ciao, ciao.